Auf jeden Fall tröstet mich eins, dass ich den Fall allein bearbeiten kann. Sie meinen ohne Ihren Busenfreund Joe Walker. Sie haben es erraten, genau das meine ich. Ja, diesmal bin ich allein und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich das genieße. Das hat mir Ihren Auftrag schmackhaft gemacht. Das mit dem Alleinsein meinte ich nur beruflich. Wissen Sie, ich sehe nämlich nicht nur aus wie Gunther Sachs. Liebling! Ich habe mich so nach dir gesehnt. Unverschämtheit! Da sitzt man hier am Arsch der Welt und ahnt nicht Böses. Pass auf, hinter dir! Was machst du denn hier? Ich denke, du bist in Europa. Bin ich doch? Das ist doch hier nur ein Vorort. Du hättest mir ja das Frühstück bringen können, du Scheißer! Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht immer Scheißer zu mir sagen sollst? Ach, mach doch, was du willst. Jedenfalls gehört er mit dem Eierkopf mir. Gut überredet! Ja, Filmfreunde, ihr habt richtig gesehen. Kommissar X ist wieder da. Hier sind sie endlich wieder, Joe Walker und Tom Rowland. Die unverwüstlichen Helden der beliebten Kommissar X-Serie von Buch und Film. In dem neuesten Abenteuerkrimi, Kommissar X jagt die Roten Tiger, bekämpfen sie eine internationale Gangsterbande, die ununterbrochen Rauschgiftrohstoff von Afghanistan nach Westpakistan schmuggelt. Was ist denn überhaupt los? Was weiß ich, vielleicht hat der Bursche da seine Garage wieder nicht bezahlt. Selbstverständlich kann ich Ihnen helfen. Ich habe sogar ein Buch darüber in meiner Bibliothek. Was ist denn das Feines? Ein Kochbuch für Fußgänger oder eine Bedienungsanleitung für elektrische Zahnwürste? Keine Ahnung. Tavarias Geheimbibel. Die werde ich mir heute Abend mal als Bettlektürer zur Gebüte führen. Sieh dir das an. Sieht aus wie Feuer, riecht wie Feuer, schmeckt wie Feuer. Rissfeuer. Soll eine Explosion gewesen sein oder sowas? Ach, ist das herrlich, ist das wunderbar. Hätte ich mal was Neues. Freunde, ich weiß mich gar nicht zu lassen vor Glück. Kommissar X in Färbel, es ist kaum Glück. Daher kommt der Ausdruck heiße Höschen. Aber Joe und Tom ziehen einen kühlen Sari vor. Mein Name ist Tom Rowland und jener hier mit der gepflegten Blässe ist Joe Walker. Sie sind Joe Walker? Ja, ist er. Ich bin es. Joe, der charmanteste von allen. Ich brauche die Sonne. Damit fange ich Pigmente ein. Das macht mich noch schöner. Es gibt mir das gewisse Etwas. Damit habe ich die Ausstrahlung... Von ein paar offenen Schuhen. Du solltest dir auch mal wieder die Füße waschen. Sag mal Schätzen, wer wusste eigentlich noch, dass Tom nach Lahore kommt? Außer mir nur Ali. Vielleicht nur sein Freund Wahid. Warte mal. In meinem Bademantel bewegt sich was und ich stecke gar nicht drin. Diesen siebten Kommissar X-Film drehte Harald Reinl in New York, Westpakistan, mit Roberto Messina als Mafia-Gangster Bosco, mit Nino Corda, mit Ernst Fritz Fürbringer, Mohammed Ali als Polizeichef von Lahore, Seba als Geheimnis um Witterter Schönheit, mit Gisela Hahn als amerikanischer Botschaftssekretärin, Nisho als junger Plantagenbesitzerin, mit Rainer Basedow, Brett Harris als Käpt'n Tom Rowland und Tony Kendall als Kommissar X. Ach ich oder träum ich, da ist ja noch eine Tür. Sehen wir doch mal nach, was dahinter steckt. Vielleicht Rübezahl. Seht noch mal. In dem heißen Abenteuer-Krimi Kommissar X jagt die roten Tiger.